In zwei Frühschichten und zwei Fastenimpulsen sind wir dem Gedanken sieben Wochen ohne Pessimismus auf die Spur gekommen. Dabei ging es vor allem darum, auf Gott zu vertrauen. Die biblischen Texte erinnern uns daran, dass Gott zu uns sagt, Sorge dich nicht, fürchte dich nicht, ich bin deine Zuversicht. Klopft an, so wird euch aufgetan. Gründonnerstag und Karfreitag können dieses Gottvertrauen ins Wanken bringen. Nach dem Abendmahl sind Jesus und die Jünger von Kummer und Angst erfüllt. Und er betete in seiner Angst noch inständiger. Danach stand er auf, ging zu seinen Jüngern zurück und fand sie schlafend, denn sie waren vor Kummer erschöpft. Am Karfreitag erlebt Jesus das Gefühl der völligen Gottverlassenheit. Um die neunte Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, Lema, Sabachthani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Jünger waren von Trauer und Angst erfüllt. Mit diesem Gefühl waren zwei von ihnen am Ostermorgen unterwegs nach Emmaus. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie, was sind das für Dinge, über die ihr auf dem Weg miteinander redet. Da blieben sie traurig stehen und antworteten ihm, das mit Jesus von Nazareth. Die hohen Priester und Führer haben ihn zum Tode verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist. Musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Sie erreichten das Dorf und sagten, bleibe bei uns, denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen beim Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn und er entschwand ihren Blicken. Sie sagten zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Das ist Ostern. Die Erfahrungen von Trauer, Ohnmacht, Tod und Aussichtslosigkeiten werden verwandelt. Ostern ist Leben, Licht, Freude, Begeisterung und das Vertrauen darauf, dass Gott im Tod und über den Tod hinaus bei uns ist. Deshalb hat nicht der Tod das letzte Wort, sondern das Leben. Wir haben allen Grund, optimistisch zu sein.